So, hier habe ich diesmal die DVD-Box von Battlestar Galactica, welche mir insgesamt echt gut gefällt. Auch die komplette Serie, Season 1 bis 4, ziemlich gut gemacht. Was mir auch besonders gefällt, ist halt dieses Bild hier an der Seite, was sie auch damals bei den Stargate-DVDs gemacht haben. Was mir nicht gut gefällt, ist hier diese komischen Papp-Begrenzungsschuber-Teile, whatever, die auch direkt einreißen. Also die werde ich auch wegschmeißen, davon mal abgesehen, weil ich das ganz schön in Schrott halte. Das hätte man wenigstens mal aus Kunststoff oder Ähnlichem machen können. Okay, dann haben wir hier The Plan. Dann haben wir hier Staffel 4, Staffel 3, dann haben wir hier Razor, das war ja dieser Zusatzfilm, glaube ich. Season 2, Season 1, die Serie war geil, das muss man dazu sagen. Hier ist der Pilotfilm, sehr geil, sehr nice. Werde ich mir auf jeden Fall auch die Tage nochmal angucken, weil es ist schon lange her. Ich habe die Originalserie auch geguckt, ist so zu meiner Jugendzeit kamen die auch des öfteren mal im Fernsehen. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr die eigentlich ist, 70er Jahre, aber ich habe keinen Plan, ist mir auch eigentlich egal. Ich bin erst 80er Jahre geboren und diese Serie ist einfach nur episch cool, ist sehr gut gemacht, sind sehr geile Schauspieler. Ich habe mehrere von denen auch schon auf Conventions gesehen und sind auch, finde ich, ganz gut designt hier mit dem Battlestar Galactica-Patch-Symbol drauf. Season 1, was haben sie bei Season 2 drauf gemacht, oh mein Gott, ich weiß es nicht, komm her. Sorry, jetzt ist meine DVD auch noch runtergefallen. Okay, Season 2 war dann schon ein Zylone drauf und sind auch schon 6 Discs gewesen, 5 Discs gewesen, Discs 3, Discs 2, was ist denn das? Season 2, 1, Season 2, 2, okay. Waren auf jeden Fall schon mal 6 Discs in der Season 2. Ich werde mir die, wie gesagt, ich werde mir die Serie jetzt die Tage nochmal angucken direkt. Was haben sie da drauf gemacht? Hier haben sie diesen komischen Sturm drauf gemacht, ich weiß es nicht mehr, wo der war, der war in dieser komischen Basis. Ja, ist auch egal. Und hier hatten wir nochmal Season 4, auch nochmal 6 Discs. Was soll denn das? So! Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Box, die werde ich dann auch diesmal so in, das kommt in Null, das ist Blödsinn, weil die Teile genägt ab und zack. Schrott braucht kein Mensch, die werde ich mir direkt vor meine Playstation legen und dann einfach mal angucken, den Shit. Ach, ich werde sie mir alle angucken, das kostet mich wieder ein bisschen Zeit, aber ist egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like dalassen oder meinen Kanal abonnieren oder ein Dislike dalassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wer hat euch das Teil natürlich auch verlinkt, wenn es die noch geben sollte, müsst es eigentlich, weiß ich aber nicht so genau. Bis denn dann, ciao! 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 Vielen Dank.